Du willst etwas über Joey Ramone erfahren? Was macht ihn aus? Was macht ihn zu einem so wichtigen Musiker? Und warum ist seine Geschichte so tragisch? Das erfährst du in wenigen Sekunden. Jeffrey Ross Hyman, am 19. Mai 1951 in Downtown Manhattan geboren, bekannt als Sänger der Ramones, unter dem Namen Joey Ramone, ist eine sehr tragische Gestalt des Rock'n'Roll und einer der Gründungsväter des Punk-Rock, denn er und seine drei Freunde Johnny Tommy und Didi Ramone so ganz beiläufig einfach mit lostraten, als sie 1974 in New York die legendären Ramones in der Hoffnung gründeten, den Rock'n'Roll, den sie vermissten, selbst weiterproduzieren zu können, der zu diesem Zeitpunkt von Glamour und allglatten Glitzer-Bands immer mehr aus den Mainstream-Medien vertrieben wurde. Dazu würde ich gerne ein Joey Ramone-Zitat vorlesen. Als wir im März 1974 begannen aufzutreten, geschah das, weil die Bands, die wir liebten, der Rock'n'Roll, den wir kannten, verschwunden waren. Wir spielten Musik für uns selbst. Mit Hits wie Blitzkrieg Bob, Beat on the Bread und Judy is a Punk gelang den Ramones Mitte der 70er Jahre dann der Durchbruch, nachdem sie sich in der lokalen Szene New York City's zum Beispiel im Rockclub CBGB einen Namen erspielt hatten. Doch über die Ramones als Band geht es mal an anderer Stelle weiter. Hier sollte es um Joey Ramone gehen und das war jetzt nur etwas Kontext. Joey Ramone war alles andere als ein typischer Rockstar. Er war schmächtig und dürr, zwei Meter groß und das Gesicht versteckt unter langen, dichten, schwarzen Haaren und einer Sonnenbrille. Dazu war er eher der ruhigere Schlag von Mensch, um nicht schüchtern zu sagen. Im Rock-Antenne-Artikel vom 19.05.2020, dem 69. Geburtstag von Joey Ramone, wird über seine Funktion bei den Ramones geschrieben, Eigentlich wollte Joey Ramone zunächst am Schlagzeug sitzen. Als sich aber herausstellte, dass der vermeintliche Frontmann Didi Ramone nicht gleichzeitig Bass spielen und singen konnte, wurde er kurzerhand nach vorne befördert. Da stand er nun, mit seiner Statur und einer Zwangsstörung, die ihn stellenweise 20 Mal eine Treppe rauf und runter laufen ließ, weil er mit einem Schritt nicht zufrieden war. Im Weltartikel vom 15.06.2012 steht des Weiteren, dass sich Joey Ramone erst einmal als komischer Hippie Jeff Starship nannte, Satirrklamotten trug und barfuß herumlief, bevor er als Schlagzeuger bei den Ramones einstieg. Bei der ersten Probe der frisch gegründeten New Yorker Punkband benötigte der lange Lulatsch geschlagene zwei Stunden, um sein Drumset aufzubauen. Das noch nicht mal über einen Hocker verfügte, sodass er auf einem Ständer sitzen musste. Zu seiner Zwangsstörung dazu, dass er Dinge immer zweimal berühren musste. Einmal, gerade in London gelandet, wollte er gar sofort wieder zurück nach Hause fliegen, um nochmal durch seine Wohnungstür zu gehen. Zu allem Überfluss hatte er auch noch Lymphdrüsenkrebs, was er den Ramones aber jahrelang verschwieg. Also, mit Joey in einer Band und auf Tour gewesen zu sein, was die Ramones von 1974 bis zur Auflösung 1996 so gut wie permanent waren, war sicher nicht ganz einfach. Zumal sich Joey und Johnny Ramone zwar ständig die Bühne teilten, aber jahrelang nicht mehr miteinander redeten und das auch bis zu Joes Tod nicht ändern konnten. Der Grund war, dass Joes Gitarrist Johnny Ramone ihm die Liebe seines Lebens ausspannte, was für einen solch hoffnungslosen Romantiker wie Joey Ramone sicher nicht leicht zu ertragen war. Diesen Herzschmerz hört man auch in seinen Songs. Selbst auf seinem ersten Soloalbum Don't Worry About Me, das er in seinen letzten Tagen noch mit zu Ende aufnahm, in dem er wie Campino mal erwähnte, wohl auch die Angst vor seinem Tod versuchte zu verarbeiten, beziehungsweise man sie hören könnte. Beide Soloalben finde ich sehr gelungen und habe auch das erst 2012 erschienene Janau rauf und runter gehört, welches sein kleiner Bruder Mickey Leaf aus Liebe fertigstellte, dessen Musik ich seitdem auch sehr schätze. Abschließend habe ich im eben schon erwähnten Artikel der Welt noch einen Absatz gefunden, der Joes Ende wohl besiegelt haben könnte. Ramones Brille war 15 Jahre alt. Erst nach der Auflösung der Band 1996 unterzog er sich einer Chemotherapie, die zunächst gut bei ihm anschlug. Doch dann rutschte er im Dezember 2000 vor seinem Apartment im New Yorker East Village aus und brach sich die Hüfte. Den Sturz hätte er leicht vermeiden können, wenn er seine 15 Jahre alte Brille mal durch eine neue ersetzt hätte, wie der Roadmanager Monte Amelnik in seiner Oral History of Tour mit den Ramones Hannibal 2011 enthüllte, weil er dann gesehen hätte, dass der Gehweg vor seiner Wohnung total vereist war. Die Medikamente, mit denen er den Krebs bekämpfte, hatten seine Knochen zudem noch fragiler gemacht, weshalb er sie nach dem Sturz zunächst einmal absetzen musste. Mit dem Resultat, dass der Krebs wieder die Oberhand gewann und Joey schließlich am Ostersonntag 2001 starb. Das war die Geschichte eines Rockstars, der viel veränderte und von Musikern wie Lemmy Kilmister, Dave Grohl, Mark Norrockbrock, Joan Jett, Metallica, Red Hot Chili Peppers und vielen, vielen mehr verehrt und gefeiert wurde, bzw. wird. Für mich ist er einer der grandiosesten Sänger auf all time und das Gefühl, was der in seine Stimme gelegt hat, ist nicht nachzuahmen. Wenn es euch gefallen hat, bitte vergesst nicht zu abonnieren, drückt eventuell gefällt mir, aktiviert gegebenenfalls die Glocke, um keine neuen Inhalte zu verpassen. und ja, das war's von meiner Seite. One Love.